Buenos Dias Amigos, es wird mal wieder Zeit für ein Update, ein etwas größeres Update, beziehungsweise wir schauen uns alle verschiedenen Aspekte an vom Bitcoin Chart, vom Bitcoin Dominance Chart, wir gehen kurz ein paar Altcoins durch, aber zuallererst, ich hoffe ihr habt die letzten turbulenten Tage, insbesondere das Wochenende, mit möglichst vielen Nicht-Liquidierungen überstanden. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr ereignisreiches Wochenende, was relativ üblich für Krypto ist. Früher oder später war es aber mal Zeit, dass wir mal wieder einen ordentlichen Bounce am gesamten Markt bekommen, dass die ganzen Leverage-Long-Positionen mal ordentlich durchliquidiert wurden. Die Funding-Fees sind ja oder waren ja seit längerem extrem, extrem hoch. Und ja, ich meine, Wochenende, traditionelle Märkte hatten, haben geschlossen, bald macht der amerikanische Aktienmarkt bald auf. Dementsprechend kurz das Video meiner Seite, wie ich das Ganze interpretiere, wo ich denke, dass wir stehen werden, oder wo wir stehen grundsätzlich, ja, und auch einen kleinen Ausblick darüber, was ich plane zu tun. Für meine Leute aus der Mastermind gibt es dann eben nochmal ein separates Video, wo es noch ein bisschen detaillierter reingeht, aber erstmal im groben Ganzen, erstmal für alle, für euch, ja, dieses wichtige Update. Ich habe hier mal für euch den Bitcoin-Monatschart aufgemacht. Da kann man ganz klar sehen, wir haben quasi vom, ja, All-Time-High, vom Oktober, November 2021, habe ich hier mal, wo die Kerze geschlossen hat, euch quasi diese Linie eingezeichnet. Das ist hier ganz schön, das ist eine extrem wichtige Linie und ich empfehle grundsätzlich, gerade wenn solche Events stattfinden, wo ganz leicht mal Panik ausbricht, wo die Menschen emotional werden, dann zoomt raus, geht auf Wochencharts, geht auf Monatscharts und dann sieht das Ganze in Anführungszeichen gar nicht mal so schlimm aus, beziehungsweise es ist gesund, was wir da sehen. Und das zeige ich euch jetzt auch im Endeffekt dann im Nachgang mit den ganzen, mit verschiedenen Altcoins nochmal querbeet durch, ganz Freestyle durchgegangen. However, Bitcoin soweit, so gut. Wir hatten auch hier, hatten quasi im Bounce, wir können jetzt aktuell sehen, ich meine, wir haben noch hier 15 Tage, also roundabout zwei Wochen noch vor uns, bevor die Monatskerze schließt. Man kann aber sehen, wir hatten quasi diesen Bounce, diesen Dump nach unten in diesen monatlichen Close vom All-Time-High von 2021 und quasi im Bounce-Back nach oben. Gehen wir das Ganze ein bisschen runtergebrochen, man sieht es hier auf dem Wochenchart nochmal, beziehungsweise ich möchte mit euch auf den Tageschart runtergehen. Und jetzt habe ich mal ein paar Informationen hinzugeschrieben, ich kann mir die nämlich grundsätzlich nicht merken und dazu kommt, dann können wir auch beim nächsten Mal sehen, wie denn das Ganze abgelaufen ist. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, was ich denke, was passieren wird. Ich meine, der eine oder andere wird es mitbekommen haben, wir haben das Thema Iran und Israel, was dann höchstwahrscheinlich auch der Grund für den ordentlichen Rüttler am Kryptomarkt war, weil ja schlicht und ergreifend der Kryptomarkt eben auch Samstag und Sonntag offen hat und dementsprechend haben wir da dann schon mal das erste Beben mitbekommen. Israel hat schon angekündigt, dass sie, also heute, Montag, ganz kurz, wir haben den 15. April 2024, dass sie eben planen wollen, wie auch immer, Montag, Dienstag zurückzuschlagen. Dementsprechend ist das Ganze etwas angespannt. Ich persönlich beziehe grundsätzlich erstmal nicht geopolitische Sachen mit in die Charts ein, aber hier relativ offensichtlich hat das damit irgendwas zu tun, zumindest mit diesem geopolitischen Thema und dem, was wir am Kryptomarkt gesehen haben. Auf jeden Fall, Israel hat ja die Information gegeben, sie möchten Montag oder Dienstag zurückschlagen, wie auch immer. Der Aktienmarkt reagiert grundsätzlich und auch hier vielleicht eine ganz wichtige Randnotiz. Ich konzentriere mich nicht auf Ausnahmen, nicht auf ganz besondere Geschehnisse aus der Vergangenheit. Wir hatten beispielsweise damals, als die große Grippesaison ausgebrochen ist, eine V-Recovery. Das ist relativ ungewöhnlich, nicht unmöglich, aber relativ ungewöhnlich. Ich persönlich setze jedoch auf Dinge, die eher wahrscheinlicher und gewöhnlich sind, weil damit habe ich eben die Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite. Und grundsätzlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit reagieren US-Aktienmärkte eher schlecht auf Kriegnachrichten. Ich meine, wir hatten jetzt am Wochenende im Kryptomarkt über ein, ich glaube eineinhalb Milliarden Dollar an Liquidierungen, vornehmlich Long-Liquidierungen. Was ist eine Liquidierung? Wenn ich sage, ist nichts anderes wie, dass das Geld sein Besitzer wechseln. Und zwar vom Retail, also vom kleinen Investor zu Big Players, das sind Market Maker, Institutionen, Börsen und so weiter und so fort. Und nun hat Retail Angst zu kaufen. Logisch. Wenn erstmal alles runterdammt, alles rot ist, die meisten dachten, die erste rote Kerze hier nach unten, das ist quasi der Übeltäter. Am Tag zwei ging es quasi dann nochmal extrem runter, sogar in Bitcoin. Und es ging das Ganze dann quasi nochmal an einem Tag drauf, nochmal und weiter knapp 10% runter. Alcoin hat es nochmal heftiger getroffen. Und dementsprechend ist Retail erstmal ängstlich. So, das ist aber für Market Maker, für Smart Money, für Institutionen nicht gut, wenn Retail ängstlich ist. Weil die brauchen Retail, die bullish sind, die quasi kaufen, die Liquidität liefern. Wie macht man das für den Retail? Ganz einfach, mit grünen Kerzen. Und das erleben wir jetzt gerade. Nach diesen, sage ich mal, zwei extrem heftigen Tagen, also Freitag und Samstag, diesen Abverkauf, haben wir jetzt gestern am Sonntag eine leichte Erholung gesehen. Heute ist schon nicht mehr ganz so aktuell erholsam. Ich meine, wir haben hier noch knapp über 10 Stunden vor uns, bevor die Tageskerze schließt. Aber was ich einfach denke, was die Market Maker hier machen oder die Institutionen machen im Endeffekt, die wollen, dass Retail erstmal wieder bullish wird oder bullischer, wieder weniger Angst hat, vielleicht ein bisschen mehr FOMO getrieben wird. Und das geht natürlich nur mit grünen Kerzen. Das erleben wir gerade across the board. Im Alcoin-Bereich erleben wir es auch, klar, mit einem höheren Hebel als bei Bitcoin oder Ethereum, wir haben wieder grüne Kerzen. So, was ich jetzt denke, was passieren wird, das ist meine persönliche Meinung. Wenn der US-Markt öffnet, denke ich, dass Amerikaner Profite realisieren. Das heißt, ihre Leverage-Long-Position schließen werden. Diejenigen, die halt spät-long gegangen sind, die werden durchliquidiert, indem der Preis einfach nach unten kommt, vielleicht für eine Woche, vielleicht für zwei Wochen, who knows, quasi eine Jobs-Hoo-Party haben. Das heißt im Endeffekt nichts anderes wie mit Ausschlägen nach oben, nach unten, quasi eher was an die Seite, also quasi eine seitliche Jobs-Hoo-Bewegung. Ich denke, dass wir nochmal nach unten kommen werden. Wir haben nämlich hier, das wollte ich nicht, wir haben nämlich hier quasi dieses Low vom Samstag, von vorgestern. Ich denke, wir kommen hier nochmal runter. Einen Moment. Vielleicht noch einen Tick nach oben, weil wir haben hier oben Liquidität. Dann quasi vielleicht nochmal runter in diesem Bereich. Und gegebenenfalls kommen wir nochmal runter, weil wir hier auf der 30-Tage-Look-Back-Periode haben wir Liquidität noch hängen in diesem Bereich. Ich bin mal gespannt, ob das, was wir hier haben, quasi hier bei Roundabout 60.650 Dollar, ob wir nur noch bis dahin runterkommen. Ich denke wahrscheinlich ja sehr, sehr hoch, dass wir da nochmal runterkommen. Oder vielleicht sogar nochmal einen Weg nach unten. Und ich rede gerade über Bitcoin. Die Altcoins werden dann dementsprechend auch nochmal ordentlich runtergehen. Ich glaube sogar heftiger. Das heißt, ich persönlich, ich warte noch ein bisschen. Ich lasse mich da nicht so schnell catchen mit dem, was gerade passiert. Weil ich einfach, ja, dieses Thema Israel und Iran. Ich denke, der Spaß hat noch nicht aufgehört. So was ist wie so ein Ping-Pong. Dann schreiben die, dann sagen die, dann sagen die, dann sagt Frankreich, dann sagen die Briten, dann sagt Asien, dann sagt Russland, dann sagt China. Hast du nicht gesehen? Und dementsprechend, so was kann sich ziehen, bis da wieder ein bisschen Ruhe reinkommt. Und ich denke, irgendwas in diesem Bereich ist wahrscheinlich. Also ich persönlich bin da noch ein bisschen konservativ. Ich halbe ihn noch ein bisschen zurück. Und jetzt gleich jetzt wieder hier mit Chaka und To The Moon, was jetzt gerade wieder passiert. Am Samstag noch dachten alle, die Welt geht unter. Ziem Minuten später, beziehungsweise am nächsten Tag, sogar schon an dem Tag selbst, als wir quasi wieder diesen Pump hatten, quasi von 60.000 rauf wieder auf knapp 64.000 Dollar. Da war dann schon, ja, die Welt geht unter auf, wir werden wieder reich, Stimmung am Social-Media-Bereich. Jetzt haben wir eben diesen gästigen Tag, der dann eine grüne Kerze war, eine bullische Kerze war. Jetzt quasi der heutige Tag. Ich lasse mich davon aber nicht blenden, weil ich glaube, zu verstehen, was Smart Money hier treiben möchte. Solche Kerzen sind einfach für den Retail gedacht, um wieder bullisch zu stimmen, um Long-Positionen aufzubauen. Man darf auch nicht vergessen, diejenigen, die hier nochmal nachgefragt haben, Ich glaube, sehr viele wollen hier quasi aussteigen. Das heißt, sie warten auf einen kleinen Pullback nach oben, also einen kleinen Pump nach oben, um ihre Positionen zu schließen und zwar mit Break-Even oder minimalen Verlust. Die meisten vermutlich mit Break-Even oder sogar leicht drüber, um dann erstmal abzuwarten, was passiert. Und das halte ich für sehr, sehr realistisch. Das heißt, wir haben im Endeffekt auch noch Widerstand von Leuten, die im Endeffekt einfach nur ihre Position mit Break-Even schließen möchten, weil sie ein bisschen später eingestiegen sind, beziehungsweise wenn sie oben eingestiegen sind, haben sie nochmal nachgelegt ordentlich, weil sie gut unter Wasser waren, haben ihren Durchschnittspreis nochmal nach unten getrieben und können jetzt quasi etwas früher das Ganze schließen, vielleicht nicht hier oben, hier oben, sondern quasi in diesem Bereich, weil sie dann eben ihr Break-Even erreicht haben. Und ich glaube, das ist extrem wahrscheinlich, dass sie das auch noch unter anderem erleben als Verkaufsdruck. Genau, dementsprechend, ich bin etwas vorsichtig. Ich gehe jetzt hier nicht hin und öffne eine neue, frische Long-Position. Ich brauche ein bisschen mehr Ruhe am Markt. Job-Sue ist perfekt. Also eine jobbige Marktphase. Job ist nicht anders wie einfach eine Seitwärtsbewegung. Ob das jetzt immer Lower Lows sind, Lower Highs sind, wie auch immer, bleibt man dahingesehen. Mal abwarten, was passiert. Aber im Endeffekt erstmal nicht eine rapide, dauerhafte Bewegung nach oben oder nach unten. Das ist das, was ich aktuell nicht erwarte für Bitcoin. Bin dementsprechend etwas vorsichtig. Ich warte erstmal den US-Open-Markt ab. Wie er reagieren wird, ich denke nicht positiv. Klar, wir haben ja schon einen Teil, weil Bitcoin eben am Wochenende auch auf hat. Der Kryptomarkt ist ein Teil schon im Bitcoin-Preis mit eingepreist. Der Angst um das Thema Israel und Iran. Der US-Markt eben noch nicht, weil er geschlossen war. Und ich denke, der zieht nochmal runter. Und Bitcoin, denke ich, geht auch nochmal runter. Und dementsprechend auch mal die ganzen Altcoins nochmal runtergehen. Aber, ich meine, das ist ja das, was ich jetzt kurzfristig sehe. Wenn ich das Ganze langfristig beobachte, und da hilft es ungemein, wie ich es vorhin kurz gesagt habe, zoomt raus, geht auf höhere Timeframes, dann werdet ihr sehen, wenn ich jetzt mal querbeet irgendwelche Coins nehme, mal Sui zum Beispiel, schauen wir uns mal Sui an. Was haben wir hier? Da sieht man es ja, also ich denke, ihr seht das schon, das ist auf Monatskerze. Wir sehen hier im Endeffekt, quasi im Support-Bereich gewesen. Ich meine, ihr dürft nicht vergessen, der Monat hat noch zwei Wochen. Es ist nur die halbe Kerze, wenn wir abwarten, was passiert in den nächsten zwei Wochen. Aber wir sehen schon mal, wir kamen hier schon mal in einen monatlichen Support rein. Und das ist langfristig, wohlgemerkt. Es ist ja eine Monatskerze. Das heißt, es braucht ein paar Monatskerzen, bis es die ganze Zeit ist. Es ist langfristig, ein bullisches Zeichen. Weil wir hatten ja auch hier eine Imbalance. Wir hatten ja ursprünglich hier, das war eine Imbalance. Die wurde jetzt quasi ausgeglichen, wieder in Balance gebracht. Offene Long-Positionen sind durchgeführt worden, mit welchem Support-Bereich. Das heißt, die Käufer kamen hier in den Markt wieder ein, haben quasi eingekauft, den Preis nach oben gepusht. Und dementsprechend, wenn man sowas sieht, als auf einer monatlichen Kerze im Support-Bereich, wenn die halten, kein, wohlgemerkt, dann ist es ein bullisches Zeichen. Dann seht ihr auch schon hier auf Monatsbasis, sieht das Ganze nicht mehr so schlimm aus. Arbitrum hat es wirklich heftig getroffen von dem Dump, ganz offensichtlich. Kann man sehen, im Endeffekt hier eine zweite Chance für viele Sideliner. Auch hier, wenn ihr mal das Ganze anschaut, wir hatten quasi hier unser Low, also unsere Monats-Close-Candle war im Endeffekt hier. Da könnt ihr sehen, auch hier wieder ein Support reingegangen. Und das ist eine extrem gute Risk-Reward-Ratio. Jetzt mal angenommen, ihr steigt irgendwo ein, was weiß ich, ihr kommt dann nochmal kurz runter mit einem weiteren Dump, vielleicht in diesen Bereich rein. Nur zum alten All-Time-High sind es bereits 140%. Also die Risk-Reward-Ratio hier einzukaufen, ist um einiges besser, als wenn ihr hier oben einkauft. Und hier gibt es extrem viele gute zweite Möglichkeiten. Schauen wir uns GMX zum Beispiel an. Dann sehen wir auch hier, wir hatten hier das ultimative Low hatten wir hier, in diesem Bereich. Das letzte Low hatten wir hier. Ihr seht auch hier wieder im Monatsbereich. Hier sieht man auch eine wunderschöne Formation. Die sieht dann so aus und ist auf dem Monatskerz. Das ist eine bullische Formation. Einen Moment. Oh, wunderschön. So, warum? Mit dem Magnet ist es manchmal so eine Sache. Aber ich hoffe, ihr erkennt das Ganze. Auf Close-Candle sieht man es ein bisschen besser. Aber ihr seht, das ist eine bullische Formation. Und sowas, und das ist auch auf Monatskerze wohl gemerkt, sowas könnte so aussehen. Quasi Ausbruch nach oben und dann eben auf dreistelligen Betrag. Halte ich für extrem realistisch für GMX. Ist ein super Thema, wenn es eben um dezentrale Börsen geht. Und das Narrativ wird auch wieder kommen. Schauen wir uns Matic an auf Monatskerze. Sieht wunderschön aus. Wir haben hier, auch hier, da könnt ihr ganz klar sehen, eine Formation. Ich habe es jetzt hier mal auf den normalen Kerzen gemacht. Aber ihr könnt sie auch ganz genau so. Auf den Candles Close sieht es marginal anders aus. Aber auch hier, hoffentlich könnt ihr das sehen. Das ist quasi eine Formation, die sich bildet. Und ab gewissem Punkt explodiert dann sowas. Und dann wird auch Matic quasi wieder nach oben gehen. Also auch hier, ihr seht es ja auch hier nochmal, wenn ich mal kurz hier nach vorne gehe. Wir hatten hier monatlichen Close. Ist in diesen Bereichen. Und also auch hier die Kerze ging runter, hat die komplette Imbalance. Das bisschen, was noch da war, quasi wieder in Balance gebracht. Und das habt ihr mehr oder weniger across the board. Shiba Inu zum Beispiel, auch hier auf Monatsbasis. Kann man sehen, wir hatten hier Widerstand durchbrochen. Und jetzt haben wir quasi den Redtest. Wenn diese monatliche Kerze erhalten kann, als neuen Support. Und auch hier diese Imbalance hier, das ist so marginal. Das bisschen hier klein, das ist so minimal. Wie gesagt, vielleicht, vielleicht kommt nochmal ein Weg nach unten. Vielleicht erleben wir nochmal einen letzten Stoß nach unten, der nochmal die, die einfach spät Longposition aufgemacht hat, nochmal durchliquidiert. Und dann geht die Reise mit den nächsten Monaten rauf. Und das ist das, was ich glaube. Ich glaube, in den nächsten Monaten werden das meiste der Coins, in die ihr investiert seid, wenn sie keine Rucks sind oder halt keinen Wack durchführen, werden sie alle teurer eingepreist sein. Das heißt, in den nächsten Monaten, das ist auch Monatschart, dann kommen wir hier nach oben. Und da bin ich extrem bullisch gestimmt. Dementsprechend beobachte ich den Markt. Auch hier Pithe, mein Liebling, hat mir einen wunderschönen Airdrop vom Warmhole eingebracht, der mir auch knapp fünfstellig eingebracht hat. Nur der Airdrop. Auch hier kann man sehen, wir hatten hier dieses erste All-Term-High in diesem Bereich. Hier quasi, wo wir halten konnten, sind wir quasi auch in die Zone reingekommen. Und das habt ihr mehr oder weniger. Nicht überall, aber sehr, sehr stark. Bei Floki ist noch ein bisschen Luft nach unten. Bin ich ganz ehrlich, hier haben wir noch ein bisschen Luft. Kommen wir da runter. Ich meine, es sind Meme-Coins immer schwer bei denen zu sagen. Die sind extrem volatil. Ich meine, ich gucke mir diese Monatskerze an. Das ist faszinierend. Was war das für Monatskerze? Geschlossen mit 360 Prozent. Absolut, absoluter Wahnsinn. Typisch für Meme-Coins. Sind extrem volatil. Aber auch hier kann man sehen, das ist eine große Imbalance, die quasi ausgeglichen geworden ist. Ein bisschen Luft nach unten ist es noch. Ob wir das quasi in diesen Zug einholen, ich weiß es nicht. Aber es geht jetzt auch gar nicht darum, jetzt genau sagen wir, jetzt steige ich ein oder steige ich aus, sondern erst mal zu sehen, wie gesund das Ganze aussieht. Auch hier, da ist nicht mehr viel an Imbalance hier drin. Wir sehen es hier. Das ist auch nicht mehr allzu viel, was wir hier noch haben in diesem Bereich. Also diese Monatskerze, die wurde extrem gut im Balance gebracht. Bei Manta kann man zum Beispiel sehen, das ist quasi eine Range. Wir hatten quasi hier, wir konnten innerhalb diesem Körper, konnten wir weder überhalb noch unterhalb schließen. Auch hier, ich meine, wir haben ja noch zwei Wochen. Mich würde es nicht wundern, wenn der Preis innerhalb der nächsten Woche wieder hochpusht und wir am Ende nur ein Wickchen nach unten haben. Bleibt abzuwarten. Ich meine, wir haben ja nicht so viel Historie. Gerade bei Coins, die weniger Historie haben, da ist mit dem Monatschart nicht viel ausgesagt. Aber grundsätzlich ist es bullish, wenn ihr sowas seht. Auf dem Monatschart, überlegt mal, wir haben hier bei alten, wir haben ein Monat bullish, zwei Monate, drei volle Monate bullish mit einer einzigen Kerze. Alles ausgeholt. Also wir haben hier keine Imbalance mehr. Wunderschön runter. Ab jetzt steht dem hier, langfristig betrachtet, nichts mehr Wege nach oben zu gehen. Und das habt ihr, wie gesagt, mehr oder weniger überall. Hier ist noch ein bisschen Luft dazwischen. Zeta, beinahe komplett rausgeholt. Ace sowieso, quasi eine, also der hat stark gedammt, hat stark gelitten. Auction zum Beispiel kann man sehen, wir hatten hier den Monat November, der quasi hier geclosed hat. Kann man sehen, komplett drunter in diesem Bereich die Imbalance rausgeholt. Hier ist noch ein bisschen was drunter. Entschuldigt. Ob wir das rausholen, weiß ich nicht. Das spielt aber langfristig eh keine große Rolle. Bei EA ist noch ein bisschen Luft nach unten. Bei Bonn kann man sehen, quasi auch hier monatlich in Support. rein. Doge sieht man das wunderschön. Wir hatten hier auf Monatsbasis einfach einen Widerstand. Sehr, sehr lang erhalten Widerstand. Wir konnten diesen Widerstand nicht durchbrechen. Seit dem 1. Mai 2022 bis Ende Februar 2024 konnte hier diese Widerstand nicht durchbrochen werden. Ich meine, ihr seht es. Das ist eine wunderschöne Range, die wir hier haben. Wo quasi, also Doge hat hier gerangt in diesem Bereich. Den Ausbruch nach oben, jetzt auf den Monatsbereich hier runter. Wie gesagt, wir haben ja noch zwei Wochen für den Monat. Aber das ist schon mal extrem bullisch. Bei Blur etwas ähnlich. Auch hier Imbalance rausgeholt worden. GMT. Range im Endeffekt. Wir haben hier eine Range. Wir haben die Range hier oben. Wir haben eine Range unten. Befindet sich quasi innerhalb der Range. Sowas ähnliches hatten wir auch mit Doge. Wenn der mal ausbricht, dann geht das ganz richtig parabola. Salz ist noch relativ neu für den Monatschart. Aber auch hier kann man sehen, bis zum, zumindest der Preis, den wir hier sehen an der Börse, bis zum Low angeholt. Und Miro, das sieht man, glaube ich, hier besser auf dem Daily Chart. Genau, Miro, auch Mimcon auf Solana kann man sehen. Quasi, wir hatten diese, wir hatten hier eine Formation. So, eine Formation nach oben. Ausgebrochen, angetestet. Dann kam dieser große Run. Jetzt quasi nach unten in diesem Bereich. Ihr könnt sehen, wir haben hier, das war genau an dem Ausbruch. Wir sind wieder an dem Ausbruch. Und vielleicht seht ihr es. Ich zeige es mal so ein. Wir haben hier, eigentlich kann man hier den Parallel Channel machen. Einen Moment, das sieht man hier dann besser. Den habe ich gesucht. Wir haben hier quasi einen gigantischen Bull Flag. Und wenn der hier mal nach oben ausbricht, dann Wahnsinn. Wir werden wieder Meme, das Narrativ wieder erleben. Meme Coins across the board durchpumpen. Und dann geht hier sowas extrem parabola. Das heißt, hier ein gigantischer Bull Flag. Also hier wunderschön genug Luft. Vielleicht nochmal hier ein letztes Mal runter in diesem Bereich. Und dann den Ausbruch nach oben. Nur ein Beispiel. Geht gerne mal eure ganzen Charts durch. Und zwar auf dem Monatschart. Bei Coins, also macht ihr das auf eurem Monatschart, geht ihr durch. Danach geht ihr runter auf den Weekly Timeframe. Und dann seht ihr, wie das Ganze wunderschön im Endeffekt einen Ausgleich geholt hat. Ich meine, Dog with Head, einen parabolischen Run gehabt. Wahnsinn, das sind Monatskerze. Hier ist noch ein bisschen Luft nach unten. Ob wir da runterkommen, das weiß ich nicht. Aber das ist das, was ich across the board bei fast allen Altcoins sehe. Auf dem Monatschart wohlgemerkt einen wunderschönen Pull Back in neue Support Zone. Also ehemalige Resistance Zones, die jetzt eben als, könnt ihr sehen, eine Resistance Zone, die quasi als Support Zone jetzt quasi dient. Und das ist einfach auf längere Sicht extrem, extrem Bullish. Ich persönlich glaube einfach, dass heute in ein paar Monaten gesehen, wenn man dann zurückblickt, dann wahnsinns neue hohe Preise sieht. Das Ding ist folgendes. So ein Event, für einige für euch ist es zum ersten Mal so ein Event, das wir es am Wochenende erlebt haben. Das ist das Erste, seit wir diesen Run seit Oktober letzten Jahres haben. Aber ich kann euch garantieren, nicht das letzte Mal. Da werden noch weitere zwei, drei, vier, fünf Mal solche Events kommen. Spätestens beim dritten Event erinnert ihr euch nicht mehr an jetzt am Wochenende. Ihr habt es einfach vergessen, weil da schon weitere solche Phasen dazwischen waren. Ich kann euch nur empfehlen, macht euch von diesen Charts, von diesem Event jetzt am Wochenende, macht euch Screenshots, speichert sie euch ab, damit ihr später zurückerinnern könnt und dann die Preise, also die Kurse, heute in zwei, drei, fünf, sechs Monaten anguckt und dann zurückschaut und euch dann denkt, mein Gott, warum bin ich nicht in Anführungszeichen all-in gegangen. Was für günstige Kurse. Weil das ist genau das Geschäft, worum es geht, wenn die Masse Panik hat, wenn sie panisch wird, weil sie Geld verliert, weil sie across the board komplett over-leveraged, long gegangen ist. Da gibt es Geschichten, da haben Leute knapp über eine Mio auf dem Konto gehabt und sind all-in, da war ein Fall, ob er stimmt, weiß ich nicht, ob das Screenshot stimmt, weiß ich nicht, aber er ist quasi mit über einer Million alles, was er hat, PP3X long gegangen, durchliquidiert, Zero, Null. Solche Leute verpassen dann quasi den Run, weil sie alles verloren haben. Für diejenigen, ich meine, es bieten sich ja zwei Chancen, zwei grundsätzliche Chancen, die dem meisten nicht klar ist. Wenn gewisse Leute erst jetzt zur Krypto kommen oder gewartet haben oder dachten, Mensch, sie sind spät dran, sogenannte Sideliner, die stehen an der Seite und beobachten, wissen die, was sie tun sollen. Solche Events sind eure Einstiege. Solche Events sind eure zweite oder dritte Chance, wenn ihr sowas verpasst habt. Diejenigen, die bereits all-in sind, denen kann ich nur sagen, macht gar nichts. Verfallt nicht in Panik, macht nichts, verkauft nicht aus Panik. Das ist das Dümmste, was ihr machen könnt, meiner Meinung nach, ist aus Panik heraus zu verkaufen. Ihr werdet es höchstwahrscheinlich langfristig zurückblickend bereuen, dass ihr verkauft habt. Weil das sind langfristig, kommen wir auf viel, viel höhere, viel, viel höhere Preise. Und dementsprechend, wenn man schon bereits all-in gegangen ist, meiner Meinung nach zurücksitzen, Kaffee trinken und warten. Für die Sideliner, die noch nicht all-in gegangen sind, beziehungsweise die noch viel Cash auf der Seite haben, zu denen gehöre ich auch. Also ich oute mich hier quasi auch als Sideliner, aber als einer, der bewusst an der Seite stand, warum. Und das zeige ich euch jetzt zum Abschluss. Und das ist quasi dieser Chart hier. Und wir haben diesen Chart. Ich meine, den beobachten wir schon seit Januar 2023 gemeinsam hier auf YouTube. Das ist die Bitcoin-Dominanz. Das heißt, den Bitcoin verglichen mit allen All-Coins zusammen. Und das war damals irgendwo hier. Aber nicht, ich glaube, wo ich mit dem Kanal angefangen habe. Hier habe ich mit dem Kanal angefangen, in diesem Bereich Anfang 2023, hier unten. Wo ich gesagt habe, ich erwarte, dass die Bitcoin-Dominanz nach oben geht, aus dieser Range ausbricht und hier in dem Bereich von, sage ich mal, 60, 62 Prozent Dominanz steigen wird. Und die große Altcoin-Party, die startet meiner Meinung nach erst, wenn Bitcoin hier nach oben kommt. Und wir sehen, wir hatten hier das Bitcoin-Dominanz-High am 4. Dezember 2023. Wir konnten, ich gehe mal kurz auf den Daily-Chart runter, wir konnten hier ausbrechen, ein neues High machen, kommen es quasi hier runter. Quasi der bestehende Resistant, hier gehalten, hier ist ein bisschen drunter gekommen, der hat hier nochmal gehalten, durchgebrochen. Wenn wir Support hier finden, vielleicht einen kleinen Deviation nach unten, dann denke ich, geht die Reise noch nach oben. Und solange wir nicht hier oben sind, in diesem Bereich, sehe ich persönlich für mich gar keinen Sinn, zu sagen, ich gehe all in Krypto. Absolut nicht. Weil ich glaube, die Altcoins werden, gerade bei solchen Events, ich meine, schaut es euch mal an, die leiden. Bitcoin hat jetzt gedankt im Endeffekt. Mal kurz den Chart hier angucken. Beim kompletten All-Time-High ist am meisten gar nicht klar. Ja, die, die, ein Moment, so. Nein, da wollte ich nicht hin. Nochmal, wir gehen hier vom All-Time-High, jetzt zum aktuellen Low, das sind 17,8. Ich runde mal auf 18% Korrektur vom All-Time-High für Bitcoin, 18%. Aber guckt euch doch mal die ganzen Altcoins an. Ihr könnt euch, ich gehe mal jetzt nur von hier aus, nicht von ganz oben. Wir reden 18% bei Bitcoin. Bei SUI sind wir minus 60%. Abitrum, kurz mal minus 64%. Gmx, 75%. Matic, gut, hat ja kein All-Time-High gemacht. Mal ganz kurz, wir nehmen mal die, die jetzt zum Schluss wieder so einen guten Pump nach oben hatten. Shiba Inu, runter, auf 60%. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Bitcoin macht eine Korrektur vom 18% vom All-Time-High. Die Altcoins gehen 60% und mehr abwärts. Und zwar alle. Ihr werdet kaum, kaum große Altcoins finden, die nicht mindestens um 50% jetzt gedammt haben vom All-Time-High. Und da sieht man, wo extrem viel mehr Volatilität drin ist, wo weniger gekauft wird, wenn gecrashed wird. Und das ist im Altcoin-Sektor, das ist nicht im Bitcoin-Sektor. Deswegen sehen wir auch die Bitcoin-Dominanz nach oben pumpen. Ihr seht ja, die Dominanz nach oben gegangen wäre ein ETH-BTC zum Beispiel. Wir haben unsere Formation einen leichten Dump nach unten gezogen hat. Das ist mir die Frage, von wo ziehe ich quasi meine Linie? Aber ihr seht, hier sind wir quasi, hier bildet sich was. Absolut, hier bildet sich was. Vielleicht auch noch einen Ticken nach unten. Und wenn der dann ausbricht, am besten in Korrelation mit Bitcoin-Dominanz in diesem oberen Bereich, dann bricht meiner Meinung nach die Altcoin-Season so richtig aus. Und ihr könnt, das mache ich ja ab und an mal, geht euch mal verschiedene große Coins durch. Schaut euch Polkadot an. Polkadot hat ein komplettes All-Time-Low gegen BTC gemacht. Down-Only seit November 2021. Es gibt ein paar Ausnahmen, klar. Solana hat extrem gut performt gegen Bitcoin. Wir haben ein richtig schönes Low gehabt nach oben. Aber die meisten Coins, die euch anschaut, schaut euch gerne mal die meisten Coins an, die sehen alle so aus. Das heißt, die sind entweder im Bereich vom All-Time-Low oder wir sehen, die Uni zum Beispiel hat ein All-Time, komplett All-Time-Low gemacht. Die erste Woche zähle ich nicht, weil es quasi der Launch ist, zumindest wann die Map quasi die Karte jetzt hier ist. Aber ihr seht es ja, das ist ein komplettes All-Time-Low. Wenn ich jetzt nur mal hier diesen Close nehme, ihr seht, es ist ultimativ am unten. Und das betrifft extrem, extrem, extrem viele Coins. Die stehen ganz genau da, dass sie im Endeffekt, ich weiß nicht, geht mal da durch, schaut euch mal verschiedene Coins. Seht ihr, was ich meine? Die sind extrem, extrem tief gegen BTC unten. Und während Bitcoin noch, die Dominanz weiter nach oben geht, werden die weiter ausbluten. und dann, wenn sie quasi am kompletten All-Time-Low sind oder around vom All-Time-Low sind und die Bitcoin-Dominanz befindet sich in diesem Bereich oder auch höher, ich weiß es nicht, aber ich will die 60% plus minus sehen, dann wird es spannend und dann denke ich, werden extrem viele Altcoins, wenn nicht sogar so ziemlich alle Altcoins, Bitcoin outperformen. Und das ist in meinen Augen dann die Zeit, wo man sagt, hey, jetzt möchte man meiner Meinung nach den Schwerpunkt seines Geldes sind. Muss ja nicht all in sein, aber den Schwerpunkt seines ganzen Portfolios, was man plant, in Krypto zu investieren im Endeffekt, aus Stables rein und in Krypto rein. Also aus Stables raus, sorry, in Krypto rein. Und das ist in meinen Augen erst hier oben der Fall, das ist nicht jetzt der Fall. Und wir haben hier noch Luft. Das sieht nicht viel aus, aber da ist noch ordentlich. Ich meine, wir reden hier was über 8, 9, 10. Lass mal 10% aufwärts sein. Das wird die Altcoins gegen BTC noch mal um 20% runterdampen. Und dann, dann geht in meinen Augen die Altcoins-Season so richtig los. Und dann erleben wir das, was manche Altcoins jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ein Jahr gebraucht haben. Das machen die in so einer Saison in der Woche. Das machen Altcoins in 3, 4, 5 Tagen. Das machen manche Altcoins über Nacht. Oder bei Bonk haben wir es gesehen. Was hat Bonk gemacht? Weiß ich gar nicht. 80 extra oder sowas innerhalb von einem Monat. Das ist dann quasi der Standard, den wir sehen werden am gesamten Altcoins-Sektor. Oder Altcoins machen das über Nacht. Oder in 2, 3 Nächte. Oder in einer Woche etc. Und das ist die Phase, meiner Meinung nach, wo dann wirklich Anführungszeichen einfach und schnell Geld verdient wird. Und bis dahin heißt es meiner Meinung nach einfach Geld beiseite haben. Also ich bin ein Sideliner. Und ich bin auch stolz drauf. Und das heißt, ich bin absichtlich ein Sideliner. Mein Schwerpunkt liegt hier eh auf Small Caps und Micro Caps. Weil ich glaube, da wird das ganz, ganz große Geld gemacht. Und dann wird quasi umgeschwungen in größere Coins, die es auf zentralen Börsen gibt mit ordentlich Liquidität. Und dann kann man die traden. Und dann kann man da nochmal ein paar X rausholen. Und der Rest macht im Endeffekt einen Compound-Effekt. Indem man eben aus, weiß ich nicht, aus 1.000 Dollar, 10.000 Dollar macht, dann holt man die raus, macht nochmal irgendwo anders 5X mal bei 50.000, macht dann nochmal irgendwie 3X auf einem anderen Coin, hat man 150.000, macht noch, was weiß ich, nochmal ein Double bei 300.000, nochmal ein Double irgendwo. Und dann kommt quasi dieser Compound-Effekt, indem man quasi kleinere Beträge in Small Caps und Micro Caps investiert, die auch in höheres Risiko birken. Absolut. Die können und gehen auch wirklich teilweise auf Null. Das passiert bei Coins, die auf der Börse sind, so gut wie nicht. Manchmal ja, aber extrem, extrem selten. Da das dementsprechend kleine Beträge rein, aus kleinen Beträgen groß und sehr groß geworden ist, dann schichtet man um auf zentrale, auf Altcoins, auf zentralen Börsen. Die haben zum einen eine Liquidität und bringen ein höheres Maß an Sicherheit. Und klar, die machen dann höchstwahrscheinlich keine, weiß ich nicht, 150X mehr, wenn sie auf der Börse sind, aber brauchen die auch gar nicht. Dann gebe ich mich auch mit 5X und 10X zufrieden, aber dann eben mit Size und zum Beispiel noch ein Double hinterher und dann ist so ein Double schon mal, je nach Coin, mehr als vielleicht jemand in seinem ganzen Leben verdient als Arbeitnehmer. Und das ist schon krass. Das ist schon krass, was Krypto da für Möglichkeiten bietet. Genau, das war es von meiner Seite. Lasst mir einen Daumen hoch, Like, Abonnement, Kommentar, wie auch immer. Das hilft mir, den Account weiter zu pushen, damit auch mehr Menschen sehen und hören, was ich zu sagen habe. Vorausgesetzt, ihr haltet es für sinnvoll. Und ja, meine Botschaft zusammengefasst, nicht in Panik ausbrechen. Absolut nicht. Nicht aus Angst irgendwas kaufen oder verkaufen. Ich persönlich bin ja auch kein Freund von rote Kerzen kaufen. Dementsprechend habe ich nichts gekauft jetzt in diesem Abverkauf am Markt. Das ist einfach nicht mein Stil. Ich warte ab, bis wir den Markt beruhigt haben, bis wir eine wunderschöne, mehr oder weniger wunderschöne Akkumulation sehen. Quasi der Markt beruhigt sich. Wir haben Jobsui. Er wird ein bisschen langweiliger. Ich sehe es gerade. Ethereum ebenfalls, wunderschöner Bullflag. So in etwa. Ich meine, das ist jetzt hier keine, hier geht es nicht darum, dass wir irgendwie eine technische Zeichnung machen für den Kolben. Aber overall, ihr seht, da passiert was. Da passiert was. Da ist die Vorbereitung für den längerfristigen Run, der dann wirklich parabolisch wird und dann wird es halt richtig lustig. Ich persönlich, wie gesagt, ich investiere nicht in rote Kerzen. Die einzigen Ausnahmen, die ich mache, sind Small und Micro Caps. Da muss ich es aber machen, weil eine rote Kerze heißt ja mehr verkaufen als kaufen. Und dementsprechend kommt ja ein Verkaufsdruck auf den Markt und dann sind die Leute, die wollen aufsteigen. Ihr habt es vielleicht gesehen, bei, die Ethereum Gas Fees sind extrem hochgegangen, höchstwahrscheinlich, weil alle verkaufen wollten und zwar um jeden Preis. Nein, doch verkaufen, 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 verkaufen. Es ist quasi wie eine Autobahn, die Ethereum Transaktion und wenn halt mehr Autos drauf sind, dann dauert es auch noch Länge, bis sie rauskommen und der da schneller rauskommen will, muss mehr bezahlen dafür. Und das sind die einzigen, die einzige Zeit, in der ich dann quasi wirklich auch Small Caps akkumulieren kann, weil einfach einiges mehr Verkäufer als Käufer an diesem Coin interessiert sind und für mich super, weil für mich der Preis erstmal nur zweitrangig ist. Ich bin froh, wenn ich meine Position voll bekomme und die Small Caps, in die ich investiere, da bin ich ja auch mit einer High Conviction, mit einer großen Überzeugung, die ich da reingehe, weil das Projekt, das Narrativ, das Team, alles passt meiner Meinung nach nach meinen Recherchen und dann bin ich froh, wenn ich akkumulieren kann, ohne gleich einen Bullrun zu verursachen bei dem einen oder anderen Small Caps. Aber ja, wie ich sage, ich persönlich, ich glaube, wir haben ihr Lebensjob Sui. Nochmal ein Dump nach unten, vielleicht nochmal neue Lows für viele Alcoins. Ich weiß es nicht, bleibt abzuwarten. Hier zum Beispiel, nehmen wir nochmal Sui. Nochmal zur Erinnerung, das hier ist Monat. Also quasi monatliche Support, wenn ihr runtergeht auf dem Wochenchart, sieht man es ein bisschen besser, aber hier auf dem Daily sieht man es wunderschön. Wir haben quasi hier Support, Support, Widerstand. Man kann hier auch, also auf dem Daily könntet ihr auch sowas hier einzeichnen, indem man sagt, Mensch, ich mache eine Zone. Dann sieht man es auch nochmal, nochmal verdeutlicht das Ganze. Ich persönlich glaube aber, dass wir hier nochmal runterkommen und dass die ganzen Alcoins nochmal einen Sacker nach unten machen. Die verlieren gegen Bitcoin die Dominanz. Jetzt bei den großen Alcoins ist mir egal, weil ich die nicht schwerpunktmäßig investiere, aber bei Small Caps nochmal einen Rutsch nach unten, nochmal Liquidität nach unten und dann werde ich dort meine Position voll machen, neue Positionen aufbauen. Also ich und auch die, die ich betreue, meine Mastermind. Und dann lehnen wir uns zurück, trinken Cortado und warten einfach, bis dann die breite Masse die Coins kaufen will. Also die Coins, die wir jetzt kaufen, kaufen wir, weil sie andere nicht kaufen wollen, sondern verkaufen wollen und dann warten wir nur noch drauf, bis die breite Masse unsere Coins kaufen möchte. Idealerweise sind bis dahin alle auf den großen zentralen Börsen gelistet. Genügend Liquidität, die Börsen pumpen dann ebenfalls, weil sie auch ein Interesse haben, Coins zu pumpen, die über den gelistet werden. Und dann, wenn alle kaufen wollen, dann verkaufen wir. Und das ist einfach meine Strategie, wie ich und auch die Leute aus meiner Masse, wie wir einfach Geld verdienen. Gut, das war es meiner Seite. Es ist auch etwas länger heute, aber vielleicht für den einen oder anderen notwendig, auch mal diese Worte zu hören, weil ich glaube, Social Media war jetzt, also höchstwahrscheinlich vorgestern, also Samstag und Freitag, Samstag eher auf Die Welt geht unter eingestellt und jetzt geht es einfach nur, alles geht auf Zero. Gestern höchstwahrscheinlich schon der erste Start und heute nochmal jetzt alles grün, 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 wie Green to the Moon. Höchstwahrscheinlich, ich weiß es nicht, die breite Masse handelt halt oder die Influencer, aber die spiegeln ja nur die Emotionen wieder der breiten Masse. Das muss man auch gestehen, die sind nur ein Spiel. Ein Spiegel der Gesellschaft, jetzt in diesem Fall eben der Krypto-Gesellschaft oder Menschen, die halt an Krypto interessiert sind, also nicht an den Coins selbst, sondern am Geld verdienen und da spiegeln einfach, ja, die Influencer geben das wieder, was alle hören möchten und das ist, wenn man rote Kerzen sieht, schreien die immer bei dir Dip in die rote Kerze rein, klassisch, ins Fall der Messer reingreifen, das haben sie hier gemacht, also auf dem Tageskerze runtergehen, das werden sie hier gemacht haben, 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 ja gut, irgendwann geht es wieder nach oben, und wir können sagen, Mensch, ich habe es ja gesagt, aber die ersten drei, vier Male lagen es halt eben daneben jedes Mal, wie auch immer, ich persönlich glaube, es kommt noch mal runter, wir haben auf dem Tageskerzen einfach noch einige Wichse, wo ich glaube, Mensch, hier noch mal in diesem Bereich runterkommen oder sogar mal einen Ticken tiefer, bleibt mal abzuwarten, quasi in diesem Bereich, und es könnte dann quasi noch mal der letzte Erdrutsch sein, oh mein Gott, ich sehe es gerade überall, sorry, aber ich sehe das hier am laufenden Band, ja, Bullflex, also wenn ich meine, geht immer die Charts durch, Monat, Woche, Daily, und dann auf dem Daily, in meinen Augen, extrem oft, also halt klar, Coins die Historie haben, hier zum Beispiel wieder, Coins die Historie haben, die brauchen Historie auf dem Daily, um auf dem Daily Bullflex zu machen, braucht es ja Zeit, also Kerzen, hier das Gleiche wieder, ist ein Bullflex, und die sehe ich gerade überall, manchmal besser, manchmal schlechter, hier ist auch einer, aber nicht so ein sauberer, hier haben wir zu wenig Historie, zu wenig Historie, zu wenig Historie, so großartig, aber ich sehe das gerade extrem, extrem oft, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe die gerade überall, so, Bullflex, das ist, wie gesagt, wenn hier mal der Ausbruch kommt, mit Volumen, dann geht es to the moon, gar keine Frage, hier schon wieder, einfach mal die Charts durchgehen, das ist, wunderschöne Bullflex-Formation, also Bonk zum Beispiel das Gleiche, hat quasi diesen kompletten Run nach oben, ihr seht, hier ausgebrochen, also hier eine Formation, die sieht dann so aus, der Magnet, der macht es ein bisschen schwer, aktuell, so, quasi aus der Formation, ausgebrochen, aus diesem Bereich raus, komplette Retrace, also die komplette Imbalance ausgeglichen, wieder in diese Zone rein, wo er vorangefangen hat, hier auf 25. Februar, und dabei ein Bullfleck bilden, das heißt, immer lower highs und lower lows, ihr seht ja, hier das high, lower high, lower high, hier low, lower low, lower low, also tiefere Tiefs und tiefere highs, oder tiefere Hochs, auf Deutsch glaube ich, und wenn der dann auch immer ausbricht, aber das kann natürlich auch sein, das ist das, wo ich sage, ich erwarte Jobs, dass jetzt quasi nicht den da macht, was sich natürlich alle wünschen, sofort hoch to the moon, sondern quasi hier runter, hier rumdümpelt, vielleicht ein kleines Fake Breakout und dann nach oben geht, ja, sowas in der Art irgendwo, und das ist dann quasi die Frage, das kann dauern, das kann dauern, ich weiß nicht, ob es jetzt vor den Sommer, Sommerpause, Anführungszeichen, oder danach, das weiß ich nicht, aber sowas kann sich ziehen, die meisten wünschen sich eine V-Formation, das heißt einmal, was weiß ich, die meisten, erst Beispiel, die meisten wünschen sich sowas, runter und wieder rauf, eine V-Formation, das ist das, was die breite Masse denkt, was sie sich wünscht, und woran sie auch denkt, wenn sie in fallende Messer greifen, jetzt geht es oben dann ganz schnell, und das ist halt das, was in den allermeisten Fällen eben nicht passiert, sondern quasi Jobs höher in die Seite, hier auch, hier war lange Jobs höher in die Seite, ja, leichte Hochs, aber einfach nur gefühlt, hier von 19. Oktober, guck mal, bis zum wirklichen Ausbruch, von 19. Oktober bis 11. Januar, ja, es war immer ein leichtes nach oben, aber der wirkliche Ausbruch, die Volatilität, die kam erst danach, und hier das Gleiche, hier runter, hier dachten schon auch die meisten, ok, jetzt nach der Kerze hier, so nach oben, das ist etwas, was die meisten einfach glauben, aber was passiert, er ging wieder rauf und dann wieder nach unten, und zwar noch tiefer runter, dann wieder rauf und wieder nach unten, rauf, wieder nach unten, ihr seht, das hier, das ermürbt, das ermürbt die breite Masse, da draußen man traden, weil sie die Geduld nicht hat, die bringt die Geduld nicht mit, ich meine, jetzt kann man im Rückblick und sagen, mein Gott, einfach nur nichts tun, das, was ich euch auch die ganze Zeit sagen möchte, nichts tun, aber sowas dauert, also allein von hier bis dahin, ich meine, das waren 23 Tage, drei Wochen, in Krypto sind es drei Jahrzehnte, während ich mit euch rede, sehe ich gerade die Charts, im Alkoholbereich, die gehen wieder runter, ich sehe es gerade, es ist auch das, was ich denke, was gerade noch passieren, weiterhin passieren wird, deswegen, wir sehen hier schon den ersten Retrace, mal ganz kurz, während ich das hier aufnehme, so, da sieht man schon, quasi diesen Push nach oben, immer diese Wix nach unten, die quasi die, die dann eben hier lang gegangen sind, durchliquidiert werden, durchliquidiert werden, durchliquidiert werden, durchliquidiert werden, hier kann man zum Beispiel, ihr seht es hier auf Openstundenkerze, aber hier ist auch ein Bullflag, das ist ein Bullflag hier, ihr seht es, hoffentlich seht ihr es, da muss man die Farbe ein bisschen stärker einstellen, vielleicht ist es ein bisschen zu hell, oder ich muss die Opacity ein bisschen anpassen, so, das ist ein Bullflag auf dem Stundenkerz und dann quasi der Ausbruch nach oben und das ist das, was ich erwarte, aber auf dem Daily und das, ich meine, hier ist ja jede Kerze eine Stunde und das kann sein, die war jetzt von 5 Uhr morgens meiner Zeit bis 22 Uhr, ah sorry, gestern und dann kam der Ausbruch, aber auf dem Daily, da dauert, da ist ja jede Kerze einen Tag, wenn das mal, wir brauchen vielleicht, ich weiß nicht, 10, 14, 20 Kerzen, dann reden wir über zwei bis drei Wochen, bis der Ausbruch kommt und das ist das, wo die meisten verkacken, zu deutsch gesagt, die verkacken da einfach, weil sie die Geduld nicht mit sich bringen, die halt so ein, was war das damals, DY, DX, wo wir damals sehr, sehr lange gewartet haben, hier zum Beispiel, da hatten wir auch so einen Bull Flag auf dem Daily und der hat gedauert, ich dachte schon, er bricht hier aus, ich bin ja hier damals lang gegangen, er bricht aus, nein, ist wieder runter und dieses runter, das war ja, das war ja nicht über Nacht, das war ja dann auch noch mal eine Woche und danach eine Woche nochmal eine Woche an die Seite und dann kam der Ausbruch und der kam doch nicht mehr mit dem Bumms, sondern so langsam und dann erst kam quasi die Volatilität, ihr kennt vielleicht den Chart noch von damals, Bull Flag, aber das, je nach Timeframe dauert sowas eben und das ist einfach da, wo die meisten meiner Meinung nach einfach die Geduld nicht mit sich bringen und anfangen Social Media zu konsumieren und dann im schlimmsten Fall der Fälle, aber leider häufigsten Fall der Fälle, ihre eigene Entscheidung in Frage stellen oder dem nächsten, neuesten, glänzenden Meme-Coin hinterher rennen und dann ihre quasi Position schließen, drüben irgendeinen so Meme-Shitcoin kaufen, beim Meme-Shitcoin alles verlieren und dann kommt der Ausbruch, haben sie auch verpasst, verpasst auf beiden Ebenen, aber gut, ich schweife ab, fast dreiviertel Stunde, sorry dafür, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.